Okay. Flaxhalme haben wir eigentlich auch. Da könnten wir doch schon mal anfangen, so ein bisschen Leinfahren zu machen. Lass dich nicht stören. Ich brauche bloß meine zwei Flaxhalme. Zwei. In Worten zwei, in Zahlen auch. So, kann ich jetzt hier... Ach nee, wir brauchen zehn. Na, guck hin. Na, da guck hin. Lasshalme hier rüber. Hier können wir aber auch das Stroh rüberlegen, oder? 537 Münzen. Ja, wir müssen nochmal zurück. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Nee, auf der Sechs habe ich die Schaufel. Mach hier mal noch ein bisschen Platz. Dass das hier ordentlich aussieht, auch wenn es dunkel ist. So. Zack. Und die Stöcke, können wir die auch noch drüber? Ja, passt noch. Sehr cool. Sehr cool. So, dann das weg. Finde ich cool, dass das wenigstens noch... Material gibt. Die Zweige lassen wir mal stehen. Da kommt hier ordentlich nochmal Rundhölzer bei Rom, ey. Da freue ich mich jetzt. Dass das klappt. Und schon sieht es hier auch nicht mehr aus wie auf dem Schlachtfeld. So, dann den Denkraum nochmal hier rüber. Okay. Okay. So, lass uns pennen gehen. Dass es hier hell wird. Kann ich schlafen im Doppelbett. Wir haben doch ein großes Bett. Warum denn dann im Kleinen schlafen? War doch gar keinen Sinn. So. Ein neuer Tag im Paradies. Sieht denn das jetzt im Hellen aus? Haben wir das einigermaßen gut hingestellt? Ja, das sieht gut aus. Kannst du so lassen. Das sieht auch ganz ordentlich aus. Was machen unsere Felder? Zwiebeln. Kann ich die schon sammeln? Sind die schon gut? Da brauche ich eine Sense für, für den Flachs. Was ist mit dem Weizen? Na, der macht noch gar nichts. Nischt macht der. Komm, wir sammeln da mal. Drei Zwiebelsamen, zehn Zwiebeln. Oh, krass. Kann die Zwiebeln schon sammeln? Karotten da nicht. Aber die Zwiebeln sind schon gut. Unsere erste Ernte. Ja, perfekt. Dann können wir doch jetzt lecker Fleisch mit, was weiß ich was machen, oder? Wenn wir Zwiebeln haben. So. Leg mal hier rein. Was haben wir denn hier? Zwiebeln, 63. Und Zwiebelsamen, 15. Ja, cool. So, dann gehen wir mal gucken. Ach, wir sollten noch mal nach der Hasenfalle gucken. Da ist doch bestimmt wieder, ja, schon Ewigkeit ein Hase drin. Der ist wahrscheinlich schon, der lebt schon wieder. Der lebt bestimmt schon wieder. Ekelhaft. Rafting. Fallen. Brauche ich zehn Stücke. Ernsthaft. Oh, und hier sind Beeren. Muss aufpassen, dass wir den Bisons nicht so nahe kommen. Ich würde ja auch gerne mal probieren. Wir werden das mal probieren. Mit den Bisons. Oh, da ist ein Hase. Komm her, kannst gleich in die Falle rein. So, jetzt aber. Schauen wir mal wieder hier auf. Hasenfalle. Passt. So, passt auf. Jetzt gehen wir kochen. Sofern wir was haben zum Kochen. Aber, ja, ein. Aber hier, guck mal, gebratenes Fleisch, da haben wir doch acht. Was haben wir hier? Können wir die Beeren aber noch hier rüberlegen? Jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Kochen. Brei, Haferkorn, Rockenkorn, Kohl und Fleisch, Kohl und Salzfleisch, Karotte und Fleisch, Salzfleisch. Ah, nee, Zwiebeln, gebratenes Fleisch. Aha. Fleisch mit Soße. So. Es wäre sinnvoll, vielleicht mal Feuer unten drunter zu machen. Digga. Ja. Ja. Wir haben unser erstes Fleisch mit Soße gemacht. Mh. Komm, ess gleich mal eins. Nee, er wird 25. Und, oh ja, das gibt ordentlich. So, jetzt machen wir hier auch mal Feuer an. Jetzt braten wir das hier mal alles. Und dann gehen wir das mal teilweise verkaufen. Ja, richtig gut. So. Ja, mach hier mal 5. Man gibt ja auch alles Points. So, dann müssen wir zurück ins Dorf. Dann brauchen wir Dünger. Zwiebeln, Samen haben wir ja genug, aber wir brauchen Dünger und wir bräuchten diese Sense. Das wäre echt von Vorteil. Und ich hätte gerne noch jemanden, der Beeren sammelt und so weiter. Okay. Trink mal Wasser. Sehr schön. So, was haben wir denn jetzt alles noch dabei, was wir so nicht brauchen und hier lassen können? Leder und den ganzen Spaß. Komm, pack das mal hier ins Ressourcenlager. Wir haben hier Leder. Das brauchen wir nicht. Das Rundholz kannst du auch hier lassen. Das auch. Zwiebeln kommen rüber. Fleisch mit Soße nehmen wir mit. Hölzerner Speer. Ja, komm, da brauchen wir jetzt auch nicht Tausende von. Ja, das könnten wir aber hier lassen. Hölzerner Speer. Lassen wir einen hier. Ne, wir lassen jetzt nicht. Ne, die könnten wir eigentlich auch verkaufen. Ne, lass uns mal verkaufen den Eimer. Weiß nicht, brauchen wir später mal einen Eimer. Die einfache Fackel nehmen wir mit zum Verkaufen. Geben wir mal das Rundholz, da kann ich nochmal fix ein bisschen Brennholz machen. Das ist den hier nicht. Wo ist es? Wo ist es hier? Aber 37, das ist auch okay. Die Zwiebelsamen räumen wir hier aber mal raus. Das kommt rüber. Zack. Ja, den Rest verticken wir. Wir gucken jetzt, wir nerven jetzt noch ein, was wir einladen können und dann verticken wir den Kram. Roggenkorn kommt da rüber. Zwiebelsamen kommen auch hier rüber. Die restlichen Zwiebeln packen wir ebenfalls hier rüber. Okay. Perfekt. Perfekt. Hier haben wir noch Fleisch, gebratenes Fleisch. Pass mal auf, dann mach doch hier noch ein paar mehr. Den haben wir doch hier. Nommen wir die Zwiebeln mit rüber. Komm, wir gehen zu ihm in die Bude. So. Es wird gekocht. Neunmal. Perfekt. Also langsam rollt's. Das einzige, was jetzt halt noch fehlt, sind die sind die Quests, die ich leider nicht machen kann. Dann holen wir uns eine Sense. Jetzt wird die schon mal haben. Und dann Dünger. Sense, Dünger. Das sind die zwei wichtigen Sachen. So, sehr schön. Jetzt kommt davon ein bisschen was hier rüber. Dass die auch Nahrung haben. Da ist ein Wetter draußen. Fleisch mit Soße würde ich sagen. Wir lassen sieben Stück hier. Beeren könnten wir noch sammeln auf dem Weg hier hin, aber wir könnten hier, komm, die nehmen wir alle mit. Johanniskraut nehmen wir auch komplett mit. Die unreifen Beeren nehmen wir auch komplett mit. dann mal fix ab. Na, die Krötchen sind noch nicht gut. Ein Mann und sein Garten. Hoppla. Jo, einmal genau in die Richtung. jetzt hier wieder Beeren. Oh, ja. Der Frühling ist da. Ne, der Sommer ist da. Es gibt Beeren. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt noch tatsächlich eine zu überreden. Zu uns zu kommen. Das wäre schon hilfreich. Aber hiermit müssen wir echt mal ein bisschen üben. So, da hat es noch Kraut. Dann sollten wir das Geld zusammen haben, um uns den Spaß hier zu kaufen. Wie sieht es denn im Management aus? Da können wir da gerade mal reingucken. Der ist bei 50. Holz. Okay. Nahrung. Naja, das passt doch auch. Steuern. 175. Schon wieder? Die trinken doch. Entwicklung. Fahren. Okay. Nicht in die richtige Richtung unterwegs. Ne, wir müssen weiter hier. Okay. 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 So. Nimm alles mit. Alles mitnehmen. Musst ihr eine Pause machen. Alles mitnehmen. können. So, komm. Auf geht's jetzt. Wir sind ja gleich da. Wir sind ja gleich da. Aber hier steht noch Kraut. Falsche Taste. stecken. Steck mal den Bogen weg. Dann kriegen die anderen wieder Angst. Wenn du kommst. was haben wir denn jetzt noch hier? Was haben wir denn jetzt noch hier? Jetzt zeig mal deine Ware. Ja. Wiesel sind Büffel? Echt? Da haben wir ja zwei Stück vor der Haustür eigentlich. So, pass mal auf. Du kriegst erstmal Beeren. Zack. Dann kriegst du 100 von denen hier. Zack. Dann kriegst du Johanniskraut. Zack. Unreife Beeren. Zwiebeln kriegst du keine. Aber guck mal hier, Fleisch mit Soße, Alter. 1.100. Junge. Auf Wiedersehen. Und jetzt holen wir uns erstmal eine Sense. Jetzt ist Sense. Ja, moin. Ich hätte gern eine Sense. Ja. Super. Ein Trinkschlauch wäre... Ah, jetzt ein Trinkschlauch für 200. Ist aber auch schweineteuer eigentlich, ne? Flachshalme. Zehn Stück. Ne, da bauen wir ja selber an. So, das wollten wir. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Dünger. Wo ist denn der Mann mit dem Dünger? Ja, ist ja gut, Kuh. Da ist der Mann mit dem Dünger. Fertilizer. Zehn kostet das. 51 könnten wir uns leisten. Ah, wie viel da brauchen wir denn? So, du trägst zu viel. Natürlich tue ich das. Aber, mein Freund der Sonne. Guck mal, ich verkaufe dir jetzt erstmal hier hölzerne Speere. Dann eine einfache Fackel. Dann kriegst du hier noch eine Fackel. Zwiebeln. Oh, die bringen auch kaum was. So, aber wenigstens... ...haben wir jetzt wieder alles, was wir brauchen. Na? Edwin? Was geht ab? So, wir probieren es jetzt unten nochmal, die so ein bisschen zu betören. Vielleicht haben sie ja doch Bock zu kommen. Bräuchte noch eine Sammlerin? Oder einen Sammler? Mir egal was, ob sie hier kommt. Hättest du einen Moment Zeit? Zustimmung minus 5. Alter, du bist aber auch... Nur einen Moment Zeit. Sieht's denn bei dir aus? Plus 10. Also, mir bräuchte noch 10, dann kann ich dich mitnehmen. Die Agnes, 19. Och, Agnes. Oh, Hubertor. Hubertor! Alles klar. Hubertor mag auch nicht. Sagt sie. Das ist doof. So, passt mal auf. Wir können jetzt aber mal gucken, haben wir jetzt hier noch was drin in unserer Hütte? Wenn nicht, reißen wir die jetzt ab. Ne, da ist nichts mehr drin. Ja, dann zerstören. Oh, eben weil ich's lese. Strohdach. Da sollte ich noch ein bisschen Stroh mitnehmen. So, haben wir jetzt hier alles weg, was weg muss? Sieht so aus. Haben wir da jetzt Sachen zurückbekommen? Ne. Komm, schmeiß das Rundholz hier mal raus. Das bringt jetzt nix. So, wir gehen jetzt zurück. Und machen die Felder klar. Wobei, wo, bei, von wem krieg ich denn eigentlich, ich bräuchte noch Kohl. Weiß ich irgendjemand aus dem Chat, wo ich Kohlsamen herkriege? Ja, wir könnten hier schon, ne? Bergstadtnäherei, wir könnten hier überall ein reinsetzen. Und wir haben nur Qua, äh, Gervazi. Kohl wär nicht schlecht. Wir haben aber auch ein Halb used. Und wir wollen ja auch an LadHHH. Und wir wollen einmal nach. Und es geht so auf, Exodus. Und wir wollen unsere Umwelt,